Stoiber ist zu Gast bei der Queen in London. Nach ein bisschen Smalltalk fragt er die Queen, was das Geheimnis ihres großen Erfolges ist. Die Queen sagt ihm, man müssen nur viele intelligente Leute um sich haben. Fragt Stoiber. Wie wissen Sie so schnell, ob jemand intelligent ist? Queen. Lassen Sie es mich demonstrieren, antwortet diese Greif zum Telefon, ruft Tony Blair an und stellt ihm eine Frage, Mr. Premierminister, es ist der Sohn Ihres Vaters, ist aber nicht Ihr Bruder. Wer ist es? Das bin ich. Ohne zu zögern antwortet Tony Blair, ganz einfach, sehen Sie sagt die Queen, so teste ich die Intelligenz der Leute um mich herum. Begeistert fliegt Stoiber zurück nach München. Zu Hause angekommen, ruft er sofort seinen Innenminister an, um ihm dieselbe Frage zu stellen, es ist der Sohn deines Vaters, ist aber nicht dein Bruder. Wer ist es? Nach langem Hin und Her sagt der Innenminister, ich hab keine Ahnung, ich werde aber versuchen, die Antwort bis morgen herauszufinden. Aber er kommt und kommt nicht drauf und ruft schließlich bei Otto Schilly an, es ist der Sohn deines Vaters, ist aber nicht dein Bruder. Wer ist es? Ganz leicht, das bin ich. Glücklich die Antwort gefunden zu haben, ruft der Innenminister bei Stoiber an und sagt, ich hab die Antwort, es ist der Schilly. Stoiber brüllt ihn total entsetzt an, nein, du Trottel, es ist Tony Blair. Stoiber brüllt ihn total entsetzt an, nein, du Trottel, es ist der Schilly. Untertitelung des ZDF, 2020